Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Ja, ich gebe halt Zymfus auf, Freunde. Das ist mir leid, Mann. Aber ich werde es in meinem Leben nicht hinbekommen. Ich glaube, echt Glatze wäre für mich einfach die beste Frisur, die wirklich ist. Kann ich einfach jeden Tag aufstehen und so ein Video aufnehmen. Ich meine, mache ich zwar so auch, aber dem würde es nicht ganz so schlimm aussehen, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass Glatze auf Dauer gesehen mehr Sinn machen würde, aber... Ach, Freunde, ich brauche auf jeden Fall Hilfe im Leben. Wir schauen uns erstmal heute das neue Video von Ah, Nice an. Wir haben uns gestern erst den WM-Track angehört. Wer das nochmal sehen möchte, kann auf meinem Kanal vorbeischauen. Das ist eines der letzten drei, vier Videos. Krass, innerhalb von irgendwie einem Tag haben wir schon wieder drei neue Videos oder zwei. Das ist echt heftig, Leute. Aber hier, deswegen fordere ich euch nochmal auf, lasst gerne ein Abo da, Mann. Ihr werdet es nicht bereuen. Und falls es doch bereut, könnt ihr gerne wieder deabonnieren. So ist es für alle win, 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 win. Und ja, gut, dann würde ich sagen, schaut jetzt wieder rein hier in das neue Video. Elternsprechtag von Ah, Nice. Und ja, Leute, ich habe ein Eistier am Start. Was habe ich für ein komischen Eistier, Alter? Fuse-Tea ist der beste... Einen Moment. Fuse-Tea ist der beste Eistee. Dem vertraue ich. So, dafür kriege ich jetzt wieder Geld. Dann habe ich das YouTube-Money auch wieder drin. Und dann würde ich sagen, let's go, meine lieben Friends. Oh, Friends, ich habe es noch wieder verpennt, den Zauroch auf meine Kopfhörer zu legen. So, los geht's. Ah, Nice. Dicke, der Eistee schmeckt ja übel weird, Alter. Schwarztee-Pfirsich, Dicke. Und hier bei Schwarztee-Extrakt sind drei Sterne dran. Wahrscheinlich ist das einfach, ähm, ja, irgendwas. Äh, nicht von dieser Erde, was wir gerade trinken. Guten Tag, liebe Schüler. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag, liebe Schüler. Ich bin hier. Der Lehrer ist da. Ist bei mir auch immer so, weil in der Klasse. Hallo? Man kennt es einfach, man kennt es auch. Ist hier jemand? Ich hab, ich hab gesprochen, hallo. Bisschen mehr Respekt hier. Guten Tag. Oh, Mann, der Arme. Bisschen mehr Respekt. Oh, Mann, tut mir leid. Weil er weint, er weint heute echt zu kurz. Jeder ist im Direktor. Hallo? Kann doch nicht wahr sein. Guten Tag, hallo, ich bin hier. Hallo, hey. Oh, Mann, der Arme. Bald ist Elternsprechtag. Oh, shit, Alter. Ich sehe hier tote Menschen. Alle sind ruhig, Digga. Alle haben abgerechnet schon Beerdigung gebucht. Jetzt seid ihr ruhig. Folgende Schüler müssen zum Elternsprechtag. Alle. Kevin. Wahrscheinlich ist das ein Kevin, Digga. Prince. Okay, der sieht aus wie Prince. Das ist fast. Das ist kein Arztraum, ja. Oh Gott, du musst zum Elternsprechtag. Musst du auch. Wastet. Jerome. Digga, jetzt kann er nicht zur WM, Digga. Oh, shit, Alter. Alle tot. Alle tot, Mann. Ohne Sinn. Da kommen die Flashbacks, Alter. Bruder, muss fucking los, denkt er sich, Alter. Ja? Herr Lehrer, darf ich morgen einen Vortrag halten, damit ich nicht zum Elternsprechtag gehe? Klar, kein Problem. Kannst du machen. Gerne. Herr Lehrer. Es gibt immer diese eine Person in der Klasse, die sich meldet und sagt, äh, darf ich einen Vortrag halten, damit meine Note sich verbessert? Und der Lehrer sagt dann, ach, du bist aber sehr engagiert. Natürlich, du bekommst eine Eins im Zeugnis. Und jeder, der danach fragt, ob er, ähm, seine Mappe abgeben kann, auch einen Vortrag machen kann oder keine Ahnung was, äh, den Lehrer nach Hause fahren kann, dann sagt der Lehrer, bist du irgendwie blöd? Denkst du, kannst du deine Note aufbessern mit so einer Extraleistung oder was? Leute, das Schulleben ist, äh, ist auf jeden Fall gerecht, Digga. Ist gerecht. Ich will auch ein Referat machen. Ich auch. Nein, 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 nein. Genau, Digga. Nein. Exakt so. Elternsprechtag nächste Woche. Weiter. Wir sehen uns alle. Es ist exakt so, Mann. Freunde, abonniert den Channel, Mann. Wer es noch nicht hat? Ah, nein, es ist einfach so ein fucking nicer Channel. Also for real, Mann. Äh, ich weiß nicht. Das ist so mit mein Lieblings, äh, äh, Channel auf YouTube von diesen Comedy-Clips irgendwie. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die auf Facebook angefangen haben, aber es sind diese typischen Face, dieser Facebook-Humor, der halt jetzt nochmal ausgebaut wurde, äh, den die einfach echt feiern, Mann. Und auch so ein bisschen dieser Wein-Humor, wisst ihr? Ähm, feier ich, Mann. Gibt's so echt extrem selten noch auf YouTube, habe ich das Gefühl. Leider. Aber da, deswegen ist der Channel eine, eine Rettung. Eine göttliche Rettung mal wieder, Freunde. Ähm, ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Äh, ich fand's echt nice. Schreibt rein, wie ihr's fandet. Und ob ihr mal zum Elternsprechtag musstet. Ich musste noch nie zum Elternsprechtag. Einmal ein Like, Alter. Ich wurde immer verschont. Ähm, bei uns gab's aber auch so, dass teilweise die Eltern von sich aussagen durften, dass sie auch zum Elternsprechtag wollten. Ähm, Digga. Da muss man sein Kind ja abgrundtief hassen, Alter. Da muss man sein Kind ja so hart hassen, wenn man bei der Ermordung des Kindes mit dabei sein möchte und einfach zusehen möchte, Digga. Ja. Ähm, sie haben uns zwar nicht angeboten, dass wir zum Elternsprechtag kommen sollen. Aber, ähm, ich würde ganz gerne meinen Sohn Jim einfach mal, äh, ja, damit zusehen, wie er stirbt. Also, ich würde gerne mit ihm reden. Dankeschön. Digga, ist so schlimm. Äh, auf jeden Fall muss ich da nicht hinschreiben rein, ob ihr da schon mal was da so schönes oder Schlimmes passiert ist. Ähm, ansonsten bitte auch noch einen sehr schönen Tag. Heute Abend kommt noch ein Video. Vielleicht kommt zwischendurch auch noch ein Video. Und ansonsten nehmen wir uns morgen um 4 Uhr morgens auf dem Gaming-Channel mit einer weiteren Folge von Pokémon Diamant. Habt noch einen sehr schönen Tag. Sam bleibt fresh. Und tschüss. So, der Flo, man, der Hype ist schwer. Alles ganz egal, man, ich bleib bei dir. Du machst dann nur Reactions. Doch machst du die besten.